Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Genesis, das Buch vom Anfang, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Alle Völker und Babel. Die Menschen vor der Seenflut hatten keine Naturkatastrophen, sie hatten auch keine Hungersnot. Es wird uns nicht berichtet, dass sie krank gewesen sind. Die Krankheit existierte damals noch nicht. Sie hatten wahrscheinlich schon Feindschaft, aber das Zeichen war damals nicht eine Maske oder eine Spritze, sondern eher die Arche des Noah. Und wir hören noch nichts, dass sie sich bekriegt haben. Sie hatten nur den Noah und seine Arche. Und die Frage stellt sich, warum haben sie sich am Tage, als Noah sie zum letzten Mal rief, nicht alle hineingestürmt und wollten als erstes in die Arche hineingehen? Warum? Warum haben sie draußen gestanden, haben gesehen, wie die Tiere hineingegangen sind, danach am Ende der Noah, bis die Tür sich geschlossen hatte? Sie ignorierten die Warnungsbotschaft, weil sie unerreichbar für den Geist Gottes geworden waren. Die Frage ist, warum ignoriert die Mehrheit heute die Zeichen der Zeit? Jesus vergleicht manchmal die Menschen aus der Zeit von damals mit denen zu seiner Zeit oder zur Zeit Sodoms und den Städten, die Jesus besuchte zu seiner Zeit und sagt, sie werden aufkommen am Tage des Gerichtes und werden die Menschen heute schuldig sprechen, weil sie hatten nicht die Zeichen, sie hatten nicht Jesus und haben damals es sozusagen verpasst, Gott nachzudienen. Jesus will beweisen, dass es bei den Menschen in einem Zustand, wenn er in einem Zustand kommt, wo er nicht mehr fähig ist, vom Geiste Gottes etwas zu vernehmen, dann kann das Zeichen aller Zeichen kommen. Dann kann Jesus kommen, dann kann ein Engel vom Himmel kommen und der Mensch wird es dennoch nicht sehen und erkennen. Und so habe ich den Eindruck, sind wir jetzt in dieser unserer Generation angekommen. Wir haben nicht ein Zeichen, wir haben viele Zeichen. Wir haben die Prophetie, wir haben eine Menge Hinweise, dass jetzt Jesus kommt. Und dennoch ignoriert die Mehrheit heute die Zeichen der Zeit. Ist es denn so weit gekommen, dass sie gar nicht mehr fähig sind, sie zu erkennen, weil ihr Herz so verfinstert ist, wie das damals in der Zeit Noas? Jesus sagt, aber gleich wie es zur Zeit Noas war, also wird es auch sein, die Zukunft des Menschensohnes. Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sinnflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noa zu der Arche einging und achteten es nicht, bis die Sinnflut kam und nahmen sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. So, warum achteten sie es nicht? Warum gingen sie weiter in ihrem Leben, wie wenn alles so weiter ginge für eine Ewigkeit? Wieso achteten sie die Zeichen der Zeit nicht zu der Zeit und warum achten wir es nicht? Weil der Zustand im Innersten des Herzens des Menschen so weit gekommen ist, dass ganz egal, was passiert, er es nicht mehr achten kann. Und das sollte uns ein bisschen aufmerken lassen. Wenn die Sinne des Menschen, wenn der Geist nicht mehr zugänglich ist für den Geist Gottes, dann kann das Gericht kommen. Dann kann egal, was geschehen wird, der Mensch ist nicht mehr erreichbar. Gott nur alleine kann in das Herz des Individuen hineinschauen. Aber von der Mehrheit her können wir sagen, wir haben den Zustand erreicht, den die Menschen vor der Sinnflut erreicht hatten. Und eine Minderheit mag noch ansprechbar sein und errettbar. Es gibt noch ein Zeichen, das damals eine Herausforderung war und welches sich auf unsere heutige Zeit bezieht. Nämlich der Turmbau zu Babel. Als die Menschen sich vermehrten nach der Sinnflut, sprachen sie, Wollauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, des Spitze bis an den Himmelreiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Damals wollten sie einen Turm machen. Was bedeutet ein Turm? Sie wollten an den Himmel kommen, sozusagen an den Thron Gottes, damit sie gleich sind mit ihm. Das heißt, sich einen Namen machen. Und sie haben das genutzt, was auch heute das gemeinsame Wohl sozusagen genutzt wird, sonst wären wir zerstreut in alle Länder. So, lasst uns also zusammenbleiben, zusammenhalten, nicht auseinandergehen und damit Gott trotzen und uns auf seine Ebene erheben. Auch das fand sich damals in der Genesis und findet heute seine Wiederholung. Aber bevor wir uns das genauer anschauen, wollen wir uns ein wenig die Nachkommen des Noas anschauen. Nämlich der Japheth hatte Goma, Magok, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras als Söhne. Der Ham hatte Kus oder Kusch, Mitzraim, Put und Kanaan als seine Söhne. Und der Sem hatte Elam, Assur, Arpashat, Lud und Aram als Söhne. Und wir finden den Bericht in der Bibel, wo Noah, einfach als er seinen Weinberg, den Wein gegessen und getrunken hat, trunken war. Und wie er hier liegt, nackt. Und der Ham sieht ihn. Und seine Brüder Japheth und Sem nehmen ein Tuch und bedecken ihn. Aber sie gehen rückwärts zu ihm. Und dann, als Noah erwacht, lesen wir hier ab Vers 24 in Kapitel 9. Als Noah erwachte von seinem Wein und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn getan hatte, sprach er, verflucht sei Kanaan und sein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern. Und sprach weiter, gelobt sei der Herr der Gott Semms und Kanaan sei sein Knecht. Gott bereite Japheth aus und lasse ihn wohnen in den Hütten des Semm. Und Kanaan sei sein Knecht. So geht es hier um den Hamm. Letztendlich, er hat ihn gesehen. Aber der Noah gibt einen Fluch über den Kanaan. Manchmal gibt es ja gewisse Sachen, die nicht so der Reihenfolge nach berichtet sind. Und es mag sein, dass es nur Kanaan war, der seinen Großvater sozusagen dort gesehen hat. Auf jeden Fall, es wird ein Fluch ausgesprochen. Und auch ein Segen über die anderen zwei. Und die Frage ist, was bedeutet das? Es gibt Patienten, die sagen, sie sehen sich unter einem Fluch. Und damit hätten sie ja keine Lösung, weil der Fluch wurde ja gesprochen ohne ihr Dazutun. Deshalb wollen wir ein bisschen kurz anschauen, was ist der Segen? Der Segen ist die Bestätigung für richtiges Handeln und der Fluch ist die Bestätigung für falsches Handeln. Eine Konsequenz dafür. Da passiert was und der Noah sagt voraus, dass was aufgrund dieses Handelns passiert. Wer kann einen Fluch aussprechen? Wir finden den Fluch, dass Gott der Erste ist, der die Schlange verflucht, dann die Erde verflucht, um der Sünde willen. Und jetzt sehen wir hier den Noah als der Nachfolger Gottes, weil er ja ein Kind Gottes war. Er spricht einen Segen, einen Fluch über seine Söhne aus. Dasselbe tut dann auch der Abraham, aber das tut er als ein Segen. Aber er macht so manches anders. Er kreuzt die Hände, nicht Abraham, sondern Jakob, kreuzt die Hände über. Er spricht über den zwei Söhnen des Josef und sagt die Dinge voraus. Nur jemand, der die Fähigkeit hat und von Gott berufen ist, kann etwas voraussehen und voraussagen. Und somit sagen, welche Konsequenz ein gewisses Handeln hat. Der Gehasi wurde von Elisa sozusagen verflucht mit dem Aussatz des Naimans, weil er nicht gelernt hat, von der Habsucht wegzukommen. Ja, es gibt Konsequenzen. Aber auf wen bezieht sich der Fluch? Nur auf die Handelnde Person oder auch auf seine Familie oder seine Nachkommen? Und jetzt wird es schwierig. Ja, wir finden in der Heiligen Schrift, dass Väter eine besondere Rolle gespielt haben, wenn sie etwas falsch gemacht haben, dann wurde die ganze Familie gerichtet. Äußerlich gab es ein Mitbeteiligen von den Umständen. Aber das Innere, das kann Gott alleine richten und da wollen wir uns auch nicht einmischen. Auch heutzutage ist es selbstverständlich, dass wenn eine Familie sehr fleißig ist und alles richtig macht und ein Kind wächst auf unter guten Umständen, dann hat das auf den ersten Blick bessere Möglichkeiten im Leben, ein fleißiger Mensch zu sein und so weiter. Oder wie wenn jemand aufwächst in einer Familie, wo jemand nicht so ist und eher eine Sucht verfällt und dann sind die Kinder dieser Familie in einem gewissen Nachteil. Ja, wir haben einen Einfluss und Eltern spielen eine große Rolle für die Umstände ihrer Kinder. Aber letztendlich sind wir alle durch die sündige Natur so geboren, dass wir verloren sind. Ganz egal, ob der eine unter besseren Umständen ist und der andere unter schlechteren Umständen aufwacht. Die Gnade Gottes ist, dass beide, ganz egal unter welchen Umständen wir uns befinden, die Gnade Gottes annehmen müssen, um befreit zu werden. Und dann mag es sein, dass der, der unter den schwierigen Umständen eher sieht seine Not, wie der andere, der unter besseren Umständen ist. Deshalb ist es ganz entscheidend festzustellen, jeder Mensch, wenn in Gott ruft, kann er aus der Not, in die er hineingeboren ist, herauskommen. Und die größte Not ist, dass wir alle geboren sind mit dieser sündigen Natur, die uns verderbt. Und wie lange hält das an? Solange wir durch Gottes Gnade sie entfernen. Deshalb ist es nicht ein Fluch, ein Umstand, durch den wir auf die Welt kommen, der unser Leben bestimmt, sondern die Gnade, die wir annehmen oder ablehnen. So lasst er uns nie den Gedanken zu, also den Gedanken festhalten, dass wir Opfer wären des Handelns unserer Vorväter. Weil dann können wir nicht rauskommen aus der Not. Dann hat unser Geist keine Möglichkeit, errettet zu werden. Wenn aber wir durch die Gnade Gottes eingeladen werden, daraus zu kommen, dann wollen wir das annehmen, weil das wird unser Schicksal bestimmen, die Annahme oder Ablehnung der Gnade Gottes. Wir kommen dann weiter bei den Nachkommen Hams und da ist der Nimrod der Sohn des Kus oder Kus. Er ist der erste Weltherrscher. Huss aber zeugte den Nimrod, der fing an, ein gewaltiger Herr zu sein auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reichs war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande Sinear. Von dem Land ist er gekommen nach Assur und Bauteniniwe und Rehobotir und Kala. Dazu Resen sowie Ninive und Kala. Dies ist die große Stadt. So, hier ist der erste Weltherrscher, Nimrod, und er will und sammelt die Menschen, damit sie einen Turm bauen. Sie wollen gleich sein wie Gott. Sie wollen sich einen Namen machen. Aber Gott vereitelt ihre Pläne. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe, die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und haben das angefangen zu tun. Sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Das heißt, er konnte nicht mehr an ihren Glauben herankommen. Sie waren fest entschlossen, ihr Werk zu tun. Und jetzt greift er ein. Wollauf, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache da selbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Also zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, dass der Herr da selbst verwirrt hat, aller Länder Sprache. In diesem Streben nach Weltmacht, nach einer Einheit auf der Welt, ist die Menschheit, zumindest seitdem wir das hier sehen, seit Nimrod. Gott hat es vereitelt damals, dass sie den Turm fertig bauen. Aber die Idee ist aus den Herzen der Menschen nicht ausgelöscht. Und so baut man heute wieder an dem Turm. Man will ja unbedingt die Menschheit vereinen gegen Gott. Man will Gott trotzen. Es ist jetzt nicht mehr ein Turm im Sinne der Hierarchie zum Himmel. Das heißt, dass man nach oben gegen den Himmel baut. Sondern es ist eine Hierarchie, wo der Turm dafür steht, dass einer der Herrscher ist und alle andere unter ihm. Es ist so das Zeichen der konzentrierten Herrschaft auf eine einzige Person. Und so will man das auch heute erreichen. Babel oder die Idee, die dahinter steckt, ist immer noch dieselbe. So, in der Offenbarung, in Kapitel 17, finden wir, ab Vers 3, und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier, das war voll Namen der Lästerung und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn geschrieben einen Namen, ein Geheimnis. Die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. So, wer ist Babylon? Babylon ist eine kirchliche, geistliche Macht und sie beherrscht die staatliche Macht. So, der Nimrod und die Menschen zu seiner Zeit, er war, hatte Macht. Aber seine Macht lag nicht so sehr nur in seiner Tapferkeit, sie lag in seinen Argumenten. Sie lag in der geistlichen Argumentation. Lasst uns einen Namen machen. Lasst uns jemand sein. Das entspricht genau der sündigen Natur des Menschen, sich zu erhöhen. Er nutzte auf geistiger Ebene, dass er den Menschen gewann für sein politisches oder physisches Werk. Genau so geht es und war es immer in der Geschichte. Da der Geist den Menschen steuert, ist die politische Macht immer eine Folge der geistigen Macht. Das heißt, das, was der Mensch denkt, das tut er. Sein Tun ist immer eine Folge seines Denkens. Deshalb ist der Kampf letztendlich auf einer ideologischen Ebene, nicht auf einer physischen Ebene. Das haben wir gesehen in der Krise, in der wir sind seit zwei Jahren, dass nicht die physischen Beziehungen galten, Mutter oder Vater oder Mann oder Frau oder Kind und Bruder, Schwester. Nein, es wurde durch die Ideologien getrennt. Das, was der Mensch glaubte, das hat ihn getrennt von seiner Mutter und sie wurde ein Feind für ihn und umgekehrt. Weil die Ideologie, das, was ein Mensch glaubt, immer das bestimmt, was er tut. Deshalb zeigt hier Gott, dass eine Macht die staatliche Herrschaft hat und diese staatliche Macht besteht in der kirchlich-geistlichen Macht. Und so wie damals die Argumentation war, der gemeinsame Nenner, wir wollen ein gemeinsames Ziel haben und zur Halt der Erde und so weiter, so will man und wird man die politische Macht auch heute dahin steuern, wie die geistige Macht es sagt. Deshalb ist ja auch die Medizin eine Doktrin geworden. Wir haben es uns jetzt gesehen in diesen letzten zwei Jahren, dass das nicht mit einer Krankheit zu tun hat, sondern dass letztendlich es um ein ideologisches Bild geht, das die Welt vereinen soll im Kampf gegen den einen Feind, den man ausgesucht hat. So lasst uns das klar wissen. Hinter jeder staatlichen Macht steht die geistliche Ideologie. Ist das ein Unterschied? In der Weltgeschichte haben Religionen, Lehren, Ideologien die staatliche Macht bestimmt. Eine Frau ist das Symbol dafür. Das erklärt uns Zachariah Kapitel 5. Und der Engel, der mit mir redete, ging heraus und sprach zu mir, hebe deine Augen auf und siehe, was geht da heraus. Und ich sprach, was ist's? Er aber sprach, ein Eva geht heraus und sprach, das ist ihre Gestalt im ganzen Lande. Und siehe, es hob sich ein Zentner Blei und da war ein Weib, das saß im Eva. Er aber sprach, das ist die Gottlosigkeit. Und er warf sie in das Eva und warf den klumpen Blei oben aufs Loch. Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe, zwei Weiber gingen heraus und hatten Flügel, die der Wind trieb, es waren aber Flügel wie Storchflügel und sie führten das Eva zwischen Erde und Himmel. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wo führen sie das Eva hin? Er aber sprach zu mir, dass ihm ein Haus gebaut werde im Lande Sinier und bereitet und es da selbst gesetzt werde auf seinen Boden. Das Land Sinier ist Babylon, wie wir es ja schon vorher gelesen haben in der Heiligen Schrift. Hier sehen wir, das Weib ist die Gottlosigkeit. Das heißt, das, was beim Nimrod das Weib war, das war seine Gottlosigkeit. Und jetzt hat die Gottlosigkeit nicht nur einen Kopf, das heißt, es ist nicht nur eine Ideologie, sondern sie hat auch einen Ort, von wo sie ausgeht oder wo man sie jetzt physisch lokalisiert und das ist Babel oder das Land Sinier. Und die Frage ist, wozu steht das heute? Es gibt also nur zwei Quellen für geistige Informationen und die Bibel benutzt diese als Symbole die zwei Frauen. Die reine Frau steht für die Wahrheit, welche aus Gott kommt, die wahre Lehre und die Hure steht für die Lüge, welche aus Satan kommt, für die Verwirrung, für die Verführung. Ich bin Gott. Und die Hure steht für Babylon, für die Gottlosigkeit. Sie sind also gegengesetzt, die zwei. Und alle Staatsformen werden von der Hure Babylon gesteuert. Aber die Bibel verwendet auch für die Lehre einen physischen Ort. Der physische Ort der Wahrheit, das ist das himmlische Jerusalem, nicht das irdische. Die Bibel macht das ganz deutlich, dass das irdische Jerusalem in die Sklaverei gebiert. Das heißt, sie gebiert in die Lüge. Unsere Mutter, unsere Heimat, wo wir quasi unsere Staatsbürgerschaft haben, ist das himmlische Jerusalem, nicht das irdische. Das führt natürlich zu einer Problematik, weil die Menschen denken, das religiöse System hier auf dieser Erde, in dem sie sind, ist ihr physischer Ort. Der Apostel Paulus sagt es deutlich im Neuen Testament, dass unsere Heimat, unsere Mutter, der Ort, woher die Wahrheit kommt, dort, wo wir die Staatsbürger sind, das himmlische Jerusalem ist. Und es macht es deutlich, dass Rom der physische Ort, man kann die Namen austauschen, Babylon und Rom, die Stadt liegt auf sieben Bergen und diese sind sieben Könige, es ist das sozusagen Babylon von heute. Von dort wird sozusagen die Leere, von dort geht die Gottlosigkeit aus und verbreitet sich auf der ganzen Erde. Deshalb wird Babylon auch als Stadt genannt und die Wahrheit auch als Stadt. So, in Offenbarung 14,8 sagt uns die Schrift und ein anderer Engel folgte nach, der sprach, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Heiden. Nun, als der Engel ruft, sie ist gefallen, sie ist gefallen, steht die Stadt noch, sie steht auch heute noch. Was ist denn gefallen? Gefallen ist die Ideologie, die sie steuert, das heißt, die Wahrheit offenbart die Lüge des babylonischen Systems. Dadurch fällt sie. Sie fällt nicht durch einen Krieg im Sinne einer physischen Zerstörung, dass Bomben über die große Stadt fallen und sie zerstört wird. Nein, bevor sie zerstört wird, kommt die Offenbarung, dass sie voller Lügen ist, dass sie aufbaut auf etwas, was nicht stehen kann. Und ich denke, in diesen letzten zwei Jahren haben wir deutlich gesehen, und wer das nicht gesehen hat, der mag es vielleicht nie mehr sehen, dass Babylon gefallen ist. das Böse konnte sich zeigen, wie durcheinander es ist, wie man mal das sagt, mal jenes sagt, das Böse hat sich komplett oder zumindest nahezu komplett offenbart. Und damit kann der Ruf erschallen, der von einer anderen Stimme vom Himmel kommt, geht aus von ihr, mein Volk, dass sie nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass sie nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Das heißt, geht aus von ihr, mein Volk. Man kann nicht aus Babylon ausgehen, es sei denn, man erkennt den Lug und Betrug des babylonischen Systems. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet aus Babylon auszugehen? Bedeutet es das System verlassen oder geht es um eine Herzensänderung? Weil man kann sich da verfangen, man mag die Stadt angreifen, man mag versuchen, das System zu verändern und denkt dann, man hat und ist aus Babylon ausgetreten. Was hält uns denn in Babylon? In Babylon hält uns nur eine Sache, nämlich das ist die Lüge unseres Herzens. Ohne diese Lüge unserem Herzen könnten wir dem babylonischen System gar nicht nachfolgen. In dieser Krise, die wir erlebt haben, haben wir gesehen, dass alle religiösen Systeme letztendlich babylonisch denken. Das heißt, früher, als ich aufgewachsen bin in meiner Gemeinde, hat man sich gefreut, wenn von den Orthodoxen jemand zum Adventismus übergetreten ist. Und die Freikirchen haben alle die Orthodoxen sozusagen evangelisiert, weil die meisten waren ja orthodox geboren im Lande in Rumänien und dann hieß es und hieß es immer für die gläubig gewordenen, ob sie jetzt bei den Adventisten waren oder ob sie in die Pfingst Gemeinde oder Baptist Gemeinde gingen, sagen, ich bin schon seit so und so lange in der Wahrheit. Oder wenn man aus dem Orthodoxismus in eine Freikirche kam, wir sind zum Herrn gekommen. So, das heißt, man hat einfach das System gewechselt. Man hat sozusagen den Stall verlassen. Jesus sagt von seinen Schäfchen und er sagt, ich habe noch Schafe, die nicht in diesem Stall sind. Und jetzt, da es ja einen Stall gibt und auch ein Volk, das in diesen Stall kommt oder die Schafe, wenn man das so sieht, so könnte man in diese Not kommen, dass man sagt, der Stall macht alles aus. Und nicht das Volk. Nun, wenn die Ställe richtig sind, dann mag es sein. Weil wenn unser Stall das himmlische Jerusalem ist, dann sind wir richtig. Wenn wir bedenken, unser Stall ist eine kirchliche Organisation, dann werden wir kämpfen, dass jeder in diese kirchliche Organisation hineinkommt, weil ist er nicht in dieser Organisation, kann er nicht erlöst werden. So haben wir gedacht. Aber die Krise mit dem Virus hat gezeigt, dass sie alle dem Wein Babylons untertanzen. Ich kenne keine wirkliche ganze Denomination, die sich in diesen letzten zwei Jahren aufgebäumt hat und hat gesagt, all das ist babylonischer Wein. Sondern sie haben mitgemacht. Ja, Gott ist Richter und Weis seines jeden Herzens, aber das Mitmachen beweist, dass man im Herzen nicht dort ist, wo man sein soll. Umsonst ruft man dann aus und sagt, komm von dieser Kirche in diese Kirche. Es zählt nicht. Weil das, was uns im Irrtum hält, ist gerade der Selbstbetrug unseres Herzens, wo es darum geht, mich selbst zu schützen. Wo es darum geht, mich selbst zu bewahren. Und dann muss ich mich ja vom anderen trennen, vom anderen Abstand halten. Er ist ja eine Gefahr für mich. Und wenn die Menschen glauben, dass der Kranke eine Gefahr für den Saison ist, dann hat Satan natürlich gewonnen. Dann trinkt die ganze Welt den babylonischen Wein. Und dann fallen alle Grenzen dieser Stelle und man zeigt, man sieht sie, obwohl sie hohe Mauern gebaut haben, in der geistigen Welt sind sie alle Römer. Um nicht Babylonier zu sagen. In ihrem Innersten ist es ganz egal, was sie für einen Stall haben. Sie sind im selben Stall nämlich im selben falschen System. So, was bedeutet aus Babylon auszugehen? Es gibt eine einzige Möglichkeit, aus Babylon auszugehen und das ist das Kreuz. Zu verstehen, dass in mir das Problem steckt, das mich in Babylon hält. In mir ist die Lüge, die mich in der Lüge Babylon hält und in der Verwirrung. wo alles sich um mich dreht. Ändere ich das, gehe ich zum Kreuz und komme aus dem inneren Betrug heraus, dann trete ich aus Babylon aus. Oder glauben wir, dass wir am Ende, wenn der Rufer schallt, diese Stimme vom Himmel, die sagt, geht aus, dem Erfolg, dass diese Leute aus einem System, von einem Land zum anderen oder von einer Kirche in die andere kommen? Stellen wir uns das so vor? Wohin sollen sie denn gehen, die man ausruft aus Babylon? Weil Babylon ist die Gottlosigkeit und die Gottlosigkeit kommt aus dem innersten Herzen des Menschen und wir sind alle gottlos geboren. Und die einzige Lösung aus Babylon auszugehen ist zu sehen, dass ja, wir sehen auch das falsche System, aber wir sehen, dass uns was das was uns an dieses System bildet liegt in uns, nicht außerhalb von uns und wir binden uns an Babylon nicht Babylon an uns. Babylon kann uns nämlich nicht zwingen in ihr zu bleiben, nur wenn es uns betrügen kann. Und es kann uns nur solange betrügen, solange der Selbstbetrug in unserem Herzen existiert. Wenn er nicht mehr existiert, hat Babylon, hat Satan alle Macht verloren, weil du gehorchst ihm ja nicht mehr. Du bist nicht mehr selbst betrügbar und wer nicht mehr sich selbst betrügt, der kann jede Lüge sofort erkennen, dass es eine Lüge ist. Jesus hat erkannt, als Satan als Engel des Lichts kommt und sagt, mach aus Steinen Brot, dass das eine Lüge ist, weil er ist ein Mensch, er kann das nicht tun. Diese Aufforderung ist nicht möglich. Aber wenn wir hören, schütte dich vor einem Virus, dann sehen wir nicht, dass das eine Lüge ist, weil wir kennen die Wahrheit ja nicht. Jesus wusste, ein Mensch kann sich kein Brot machen aus Steinen. Er kannte die Fähigkeiten eines Menschen. Wir kennen die Fähigkeiten nicht. Wir glauben den äußeren Wundern sozusagen, dem Feuer, das vom Himmel fällt und sagen, das muss ja so sein, wenn wir das so sehen. Wirklich? Wer in seinem Herzen in der Wahrheit ist, der kann nicht mehr betrogen werden. Der ist aus Babylon ausgestiegen und die Botschaft, die wir verkündigen werden in diesen letzten Tagen, um auszugehen aus Babylon, ist nicht eine Botschaft aus einem System auszusteigen, weil das ist nicht die Botschaft des Änders. Das ist nicht die Stimme des Engels vom Himmel, die sagt, geht aus von ihr, mein Volk. Das heißt, Babylon hat dort Menschen, die sind Babylonier, sie gehen nur aus und durch ihr Ausgehen werden sie zum Volke Gottes. Nicht, dass sie als Nicht-Volk Gottes in Babylon sind. Wir gehen nur aus aus dem babylonischen System und durch das Ausgehen sind wir und werden wir Kinder Gottes. Durch das Kreuzigen des Irrtums und die Annahme des neuen Lebens werden wir zu Bürgen des himmlischen Jerusalems. Das ist unser Stall. Das ist unsere Heimat. Dort werden wir vereint werden. Alle. Ja, schon hier wird man sehen, wer nicht im babylonischen Stall ist, der ist außerhalb. Aber es wird kein System geben, wo man reinkommt, von einem System ins andere. Weil die Sache ist eine Herzenssache, eine Sache, die vom Glauben ausgeht. Ich hoffe, dass wir unser Herz prüfen, um zu sehen, wo befindet es sich. Weil Babylon ist eine Hure. Sie bringt die Lüge so schlau, so wahrheitsklingend, dass es nicht nicht einfach sein wird, den Irrtum zu sehen. Aber es ist deutlich, wenn wir das Leben Jesu im Herzen haben und die Wahrheit wissen, dass wir Geschöpfe sind, dann können wir nicht aus Steinen Brot machen, dann werden wir uns auch nicht schützen vor Viren, weil wir können sie ja nicht einmal sehen. Sie sind ja nur eine Theorie. So wirst du in Babylon bleiben oder wirst du ausziehen? Wir wollen die Einführung machen für die nächsten Stunden und wollen einfach sehen, woher kommt jetzt der Abraham in der Genesis und wir sehen, dass unter den Nachkommen des Semms gab es den Arpachshad und dieser war 35 Jahre alt, als er den Salah zeugte. Er hat nicht nur den gezeugt, er hat auch andere gezeugt und er lebte danach 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Der Salah war 30 Jahre alt, als ihm Eber geboren wurde und lebte danach 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Eber war 34 Jahre alt, als ihm Pelek geboren wurde und lebte danach 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Der Pelek war 30 Jahre alt, als ihm Regu geboren wurde und er lebte danach 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Der Regu war 32 Jahre alt, als ihm Seruk geboren wurde und er lebte danach 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Seruk war 30 Jahre alt, als ihm Nahor geboren wurde und lebte danach 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Der Nahor war 29 Jahre alt, als er Tara zeugte und lebte danach 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Tara war 70 Jahre alt und zeugte Abraham Nahor und Haran und lebte bis er insgesamt 205 Jahre alt war und starb in Haran. So interessant ist zu sehen, wie sich über etliche Generationen der Schnitt in der Verkürzung der Lebenszeit ergibt. Das Alter der Menschen vor der Sintflut und nach der Sintflut. Die Bibel berichtet, 930 bis 969 Jahre wurden die Menschen alt vor der Sintflut. Das ist natürlich eine nicht denkbare Zeit für uns heute, so alt zu werden. Noah, der noch aus dieser Generation war, wurde 950 Jahre alt. Seine Söhne wurden nur die Hälfte um die 500 Jahre alt. Und dann über mehrere Generationen gibt es dann immer so Schnitte. kommt es auf 120 Jahre, so wie Gott es gesagt hatte, dass das Leben des Menschen er verkürzen wird auf 120 Jahre. Und heute ist es noch viel kürzer geworden. Aber wie auch immer, auch heute, kommt die babylonische Wissenschaft und sagt uns, nein, wir leben länger wie die davor. Nun, es kommt darauf an, welche Zeit wir nehmen als Vergleich. Es gibt natürlich immer mal Zeiten, wo man früher stirbt, aber guckt man sich insgesamt die Geschichte an, so sieht man, dass nur die Alten alt werden. Heute sterben die Leute zwischen 50 und 70 oder 40 und 60 Jahre. Die jetzigen Kinder, die geboren werden, würde die Welt noch halten und würde Jesus nicht kommen, hätten nicht mal eine Chance 50 Jahre alt zu werden, weil der Zerfall der Menschheit komplett nahezu ist. Deshalb lasst uns nicht auf die Wissenschaft schauen, sondern auf die Schrift. Die Schrift sagt uns, wie es dazu kam, dass die Menschen nur noch weniger leben. Aber ihr seht, die langen Jahre und die lange Zeit des Einflusses des Geistes Gottes auf den Menschen hat ihm nicht wirklich geholfen. Er ist kaputt gegangen und trotz seines langen Lebens war irgendwann mal keine Möglichkeit mehr, dass er den Geist Gottes aufnimmt. Und auch heute ist es so, man braucht nicht langes Leben, man braucht nur zu erkennen, wann die Gnade Gottes anklopft an die Tür des Herzens eines jeden Individuums. Und sie kommt nicht nur einmal, sie kommt solange es geht, solange der Mensch noch fähig ist zu erkennen, den Irrtum seines Herzens, wird Gott durch seinen Geist, durch seine Kinder an die Türen der Herzen klopfen. Wenn es aber nicht mehr geht, dann ist egal, was passiert, dann kann ein Engel vom Himmel kommen, es kann egal, was kommen, und der Mensch ist nicht mehr veränderbar, er ist nicht mehr zugänglich zu dem Geist Gottes, er kann sein Irrtum nicht mehr erkennen, er kann aus Babylon nicht mehr austreten und geht somit dann verloren. So mögen wir in unserem Studium der Genesis erkennen das, was auf unsere Zeit sich passt, weil das, was gewesen ist, ist wieder da und es wird zu einem Ende kommen in unseren Tagen. Und dann gibt es keinen Tod mehr und keine Krankheit und keine Katastrophen mehr, weil das sündige Wesen, der Irrtum, dass ein Geschöpf ein Gott sein könnte, für immer ausgelöscht wird. Die Lüge wird nicht mehr existieren können, weil es bewiesen ist, wohin es führt, wenn Menschen etwas für sich selbst tun. Nein, wir wurden nicht gemacht, um etwas für uns selbst zu tun, weil wir haben nichts, was uns ist. Deshalb sind wir Geschöpfe und dienen und leben mit einem Zweck. Und unser Schöpfer ist unsere Quelle, aus dem wir leben und um wessen Willen wir das alles tun. Und würde jeder in der Liebe Gottes leben und nichts mehr für sich selbst tun, dann gäbe es auf dieser Welt kann es nicht mehr geben weder Tod noch Krankheit noch irgendein Umstand der zerstörerisch ist. So schauen wir nach vorne auf das baldige Kommen unseres Heilands und wollen bereit sein in unseren Herzen nicht an Babylon hängen sondern allein an ihm. Amen. an ho vor an a herz was a herz h